Ich bin Sascha Hin, kapiert? Der unmöglichste Mensch, der mir je begegnet ist, der scheut echt für nix zurück. Sascha's Comeback ist im Senna ein echtes Anliegen. Bringen Sie endlich ein Format für Herrn Hin an den Start. Inga Linz, drüben. Bergdoktor. Wir machen eine Kochshow. Ein Fall für zwei. Hab ich da eben Traumschiff gehört? Das Traumschiff ist grenzwertig. Ne Doku-Soup. Ein Weihnachts-Special. Ich mein, worum geht's Ihnen überhaupt? Dass ich Erfolg habe mit meiner Show, ne? Mit deiner Show! Wie willst du Erfolg? Hast du ein Problem? Ich bin in der Erdbehasis. Schweißi! Warum willst du eigentlich meine Prominenz immer bis zur Peinlichkeit ausschlachten? Papa! Du hast mich in die Wohnung einer Psychopathin gelockt. Ich hab grad echt andere Probleme. Wie könnte der Mann bestechen? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Mit der Einstellung werden Sie es beim ZDF nicht weit bringen, um Sie bitte. Pfff. Pfff. Pfff! 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 Vielen Dank.